K.O. Töten Oh, Alter, ich kann ja jetzt die töten Ja, wir haben den K.O. Ich kann, ich kann ja jetzt nicht einfach töten So, wo muss der denn jetzt hin? So, schlecht bewacht hier, Alter Okay Wege dich nicht, falls ein Soldat dich entdeckt Benutzen, markieren Ausschalten, um die Soldaten schnell und löschlos Was sag ich denn? Nicht tödliche Waffen, okay Kann ich außen rum oder kann ich auch Oh, Alter Oh, Alter Oh, Alter Oh, Alter Oh, Alter Scheiße, Költer, Alter. So will ich dich nicht haben. Okay. Ist mal versteckt. Okay, es ist ziemlich dunkel hier. Notlicht. Schön durch die Mauer. Tut mir leid, Leute. Aber hier wird mir nur im Weg stehen. Okay, da oben muss ich hin. Okay, wo sind sie? Da sind welche. Ich weiß natürlich nicht, wann ich in Deckung bin, wann ich... Ich weiß natürlich nicht, wann ich in Deckung bin, wann ich... Ganz ruhig jetzt. Darf uns nicht finden. Was für ein Bullshit, ich wollte eigentlich nur... Da sind zwei Stück, wa? Ja, der wird sofort bemerkt, wenn... Doof ist es doch. Zwei Stück, Alter. Okay, ich könnte hier gleich um die Ecke sprinten. Kontrolliert, ob alles zu ist. Ich müsste mich da... Wo könnte ich hier hochklettern? Pfff... Tja, das ist jetzt die Frage. Ja. Was ist der Fall? Was ist der Fall? Was ist der Fall? Was ist der Fall? Der Fall war ein Maler an. Der Fall war ein Maler. Du hast den Fall? Was soll der Müll? Scheiße. Ich darf nicht so niedrig zielen. Deswegen. Kacke. Okay, das ist schon ganz in Ordnung so jetzt gewesen, die Technik. Was zum Fick? Sonst gab's nie Probleme und jetzt wird plötzlich oder was? Ach, scheiße da, ey. Los, geh weg. Scheiß roter Punkt. Verpiss dich. Okay, den haben wir down. Hier hochklettern. Einmal so rum. Fick dich jetzt mal. Wir müssen den Sniper da oben down machen. Das muss auch funktionieren. So, jetzt komm. Geh weg. Scheiß Punkt. Ist aber wahrscheinlich nicht so clever. Schön. Und jetzt durchsprinten. Okay. Jetzt wieder hier hochklettern. Ein großer. Er war vorher aber nicht da. Na, nicht, dass er jetzt gleich hier hochguckt, ey. Ich glaube dann will ich nicht mal kurz. Wir sind hier oben überhaupt. Alter, hier oder sowas würde jetzt hier hochspringen und sonst was machen. Alleine ist ganz gut versteckt da hinten. Und jetzt gleich mal hier unten. Und jetzt gleich mal hier runter herläuft. Gut. Den haben wir. Ist auch erledigt. Endlich. Einer von uns wurde hier. Scheiße da. So. Okay. Kann ich denn am besten jetzt ans Datenpaket ran? Tja, wie komme ich jetzt da hoch? Ins Datenpaket. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Das ist ein Problem. Ne, hat leider nicht funktioniert. Ah. Okay. Na, Sammy. Ist man am Schlapp oder was? Na, los. Datenpaket einsammeln. Gut. Das haben wir geschafft. Ah, super. Wir kommen aber nur so dahin. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Ja, da hinten. Okay. Den habe ich jetzt mal markiert, damit wir ihn besser finden können. Falls nötig. Sagen, lass ihn aber bitte nicht runterfallen. Schön weiter unten auf dem Boden bleiben. Zwei Gegner ausgewichen. Schönes Ding. Da oben wollte ich jetzt doch lieber nicht angreifen. Alter, nee. Das ist auch mehr so.